Wie war die Stimmung in der Kabine? Wie war die Stimmung in der Kabine? Und dass wir natürlich auch eine sehr starke Defensive haben bei den Haien, das ist ja dies Jahr bekannt. Das alles zusammen hat dafür heute gesorgt. Als wir vor der Serie gesprochen haben, hast du gesagt, ihr wollt die Jungs hart spielen. Seid ihr da auf einem Level angekommen, was es sein soll und aufrechterhalten werden soll? Ja, ich denke, Wolfsburg ist uns körperlich eher unterlegen von der Größe und dem Gewicht. Ich denke, das ist eine Karte, die wir aufspielen sollten. Und über die Serie hinweg, denke ich, zahle ich das auch aus, wenn man die Gegnerschaftscheide immer wieder checkt, bei jedem Vorcheck und die Stürmer immer wieder hart spielt. Und ich denke, wir sollten so weitermachen. Ob das jetzt schon die möglichst härteste Gangart war, weiß ich nicht. Aber ich denke, wir tun es noch einen guten Weg. Congratulations, das war ein Wien zu nichts. Wie wichtig war es, die Leute auf der Schwerber enthalten heute? Well, natürlich, das Wien ist wichtig, ich denke, das Wien ist wichtig. Und ja, wir waren sehr nahe, zu score 1-1, da haben wir eine Post. Und dann haben wir, ja, wir mussten spielen für 60 Minuten, und ja, wir kämpften hart zu gewinnen. Wie groß war es für dich persönlich, zu score heute? Of course, es ist immer schön, zu score goals. Das ist mein Job in Powerplay, also. Und being away for zwei Monate mit Concussion, es ist schwer zu kommen, aber jetzt bin ich 100 Prozent auf den Eis, und es ist wirklich toll. So, es ist ein sehr lange Zeit. Wir haben es November 15, das war Ihr letzte Goal. Hatte das in der Kopf, oder war das einfach nur... Nicht wirklich. Ich habe immer wieder auf den Puck, und dann, irgendwann, es geht in. So, defense has been a key factor again today. Do you think you started to frustrate the other guys a little bit, getting into their heads, making it this difficult to score? I don't know, but I think it's a new game on Tuesday, and we have to stay the same defensive and offensive as well. And as long as we work hard 60 Minutes, I think we have a good chance to win this series. Thorsten, Gratulation zum Sieg, ein 3 zu 0. Die 0 gefällt dir besser als die drei Tore vorne, die ihr geschossen habt? Oder war das Gesamtergebnis genau richtig? Ja, das Gesamtergebnis ist natürlich schön. Wie gesagt, die 0, die sieht schon gut aus. Aber die drei Tore, wie gesagt, stand war, glaube ich, noch zwei, drei Minuten vor Schlussstand. Erst stand es 1 zu 0, und dann musste Wolfsburg halt aufmachen. Und dann haben wir halt unsere Chancen noch genutzt und haben das Spiel so entschieden. Aber ich denke mal, dass das Ergebnis höher ausfällt oder ausgegangen ist, als eigentlich das Spiel war. Es sah so aus im letzten Drittel, dass ihr eigentlich da schon angefangen habt, diese 1 zu 0 Führung zu verteidigen. Ihr habt einen sehr souveränen Eindruck gemacht im eigenen Drittel. War das schon so? Also war es noch so, auf dem Konter zu spekulieren, aber nicht mehr zu viel nach vorne zu machen? Auch eigentlich ist unsere, sagen wir mal in der Kabine, egal ob wir führen oder zurückführen, wir wollen unser Spiel spielen, wir wollen eigentlich unser Spiel weitermachen. Aber ich glaube, das entwickelt sich halt zwangsläufig irgendwann so. Wolfsburg, die gehen dann auch von ihren taktischen Vorgaben ein bisschen weg, von ihrem eigentlichen Spielsystem und werfen halt mehr nach vorne rein. Weil im Endeffekt ist denen egal, ob sie jetzt 3-0, 1-0, 2-0 verlieren im Playoffspiel. Und deswegen müssen wir uns dann halt ein bisschen anpassen der und derer Spielweise. Und deswegen sieht das für den Mannchen vielleicht so aus, dass wir uns dann hinten reinstellen. Aber das ist eigentlich nicht so. Wir gehen schon raus und wollen dann eigentlich unser Spiel weiterspielen. Jetzt haben wir die letzten beiden Spiele, also heute und am Freitag vergleichen mit dem Auftaktspiel. Seid ihr jetzt angekommen in der Serie? War das erste Spiel noch so ein bisschen sich reinfinden überhaupt in den neuen Gegner? Würde ich nicht sagen. Also ich denke, wir haben hier im ersten Spiel auch schon relativ gut angefangen. Wir haben halt einfach unsere Tore nicht geschossen und Wolfsburg war eiskalt bei uns vor dem Tor. Und so passiert das mal. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir jetzt nicht bereit oder wir wollten uns reinfinden oder so. Ich denke, das lag einfach an der Chancenverwertung und dass Wolfsburg halt auch ein bisschen Glück und natürlich auch Können dabei war, dass sie ihre Chancen genutzt haben. Aber wie gesagt, da ist jetzt alles vergessen. Jeden Tag geht es weiter. Erwartest du irgendwelche großen Überraschungen oder eigentlich, dass beide Mannschaften so weitermachen, da wo sie heute aufgehört haben? Ja, ich denke, das wird eigentlich genauso ein Spiel wie die anderen auch. Also Wolfsburg, denke ich, die stellen jetzt nicht großartig ihr System um oder was auch immer. Deswegen denke ich, dass uns das gleiche Intensive viel, viel Laufarbeit auf uns zukommt und dass wir, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach unser Spiel spielen müssen. Und dann denke ich mal, können wir in Wolfsburg auch wieder was holen.